johann willkommen mein name ist der new rap und ich grüße euch zurück zuletzt bei tales auxilia mitten im finale ja es sieht so aus als gibt es keinen weg zurück deswegen sind übrigens mit schut alleine unterwegs und ja ich gehe mal jeden normalen kampf aus dem weg ich könnte mal gucken wie viele gegner herumlaufen immer weg ich möchte nicht mal anschleichen drinnen ja was war ach nur einer ich muss mich doch wagen ach ja meine die mit einer tank sind da jetzt kein wind mehr ach du jetzt ab aber ich kann auch angreifen ich weiß gar nicht ob ich schon gegner sind die ich gekämpft habe mal auf ab zu werden ernst wir machen wie kein sinn weiter so zu kämpfen deswegen immer weiter sagen musik ok es dann ist dann nächster kräftigen ist schwanker dann ignorieren wir mal alles was hier auch dazu kommt vor allem das war es jetzt nur noch du ich bin da bloß und alles brauchen was es doch gibt ja noch so ein echse ja und tschüss ich sag mal bloß hier mit irgendwelchen normalen monstern der kämpfe hallo sind in dem finale aber geben die mir so richtig acht kämpfe oder so anhalten ja wieder oh mein gott oh mein gott geskriptete kämpfe ja 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 irgendwie kann das mich gar nicht zum angriff ein kurzer schnitt okay wieder dort sind abkohlen na gut dann na super was bringt es nicht mehr vielleicht noch irgendwann wenn ich ein level abbekommen magert recht dann immer noch nicht soll es hier füllen irgendwann ja super zur letzten schlacht da fehlt mir ein wenn wir noch ein jetzt wo ich das geht hier gesehen irgendwann ist mir eine aufgetaucht die ich noch gar nicht glaub ich gezeigt ja er denkt eine denkwürdige mahlzeit habe ich noch gar nicht gezeigt tschuldigung es war jetzt vollkommen währenddessen weiter an bei der anderen ich bin ein gubber ich bin ein gubber Adulten können nicht helfen, aber zu den Nostalzik über diese Dinge. Elise, nicht vergessen, dass du das wunderschönes Essen hast. Das ist so, wenn du ein Adulter bist, dich immer wieder erinnerst du diesen Moment. Wie wenn sie dich immer wieder erinnerst, Alvin. Right, Elise? Aber bitte nicht vergessen, dass du alten Rowan. Ich versuche, dass ich alle erinnerst, für so lange wie ich lebe. Auch wenn sie lieber einen bestimmten jemanden vergessen. Danke, Elise. Okay, das hätte glatt hier zeitgleich bei der anderen Gruppe passieren können. Da muss ich lang, hier lang, okay. So, wenn wir jetzt aufs Maul, hä? So was nütz. Uah! Hui! Tschüss! Und hier ist noch was. Und weiter mit Ex. Zum... Jetzt kommt's, wir müssen das Finale nur mit dem einen machen. Das wär ganz schön mies, ehrlich gesagt. Gaius! Ui! Das war nur ein Scherz, Mann! Warum? Warum? Wann haben wir so gesehen, wie das? Niemand ist zu schulden. Obwohl, hinterhin ist nur ein Portal. Deswegen... Kann das noch nicht Glätze sein, oder? Wann? 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 Wann ist hier? Wann ist das hier? Wann? Ja, ne? Was wird mit dem Schismen passieren? Wenn dieses Raum verlässt, sollte der Schismen verliehen. Warum, verdammt du, Maxwell? Warum machst du das immer immer? Du sagst, ich will dich durch dieses Ortele durchführen. Hör auf! Ich werde dich nicht alles von mir wieder nehmen lassen! Du willst zurück zur Seite auf fliegen. Wieder mit seinem Schwert. Wieder mit seinem Schwert. eine dimension geschickt werden wir nicht doch werden ja verdammt das war zu zweit gegen gaios antreten sagt mal habt ihr sie eigentlich noch eine schaffe ich nehmen kann es aber nicht so stark sein ich hätte mal klappen halten sollen eben alle gesprochen ist auch voll einfach 65 jetzt schon wieder zwei gesprungen nur einer bis wir sind max und professor doktor achten und schon noch mehr probleme da kommt er mit einem angriff machen beide platt hier ist nachdem jetzt ein gewöhn er ist jetzt auch noch richtig blöd ja wir müssen ganz weit weg Der muss ja auch noch hinzukommen. Ich hab doch... Oh Gott! Au! Mann! Das macht mir ein bisschen zu viel Schaden. Wurde zum Richtiges, verbunden zu sein. Ich werde normal angreifen. Oh nein, Hilfe! Jetzt lenkt sie ihn ab und kann mich heilen. Oh! Ja, kommt ja mit einem Angriff, ne? Oh, jetzt kann ich gleich mal ein bisschen reinsetzen. Mal einsetzen deine Dinge ein. Ja, das war blöd. Ich glaube, wir sind tot. Ich glaube, wir sind beide tot. Wir sind beide verwirrt. Ey, was soll ich denn jetzt machen? Hm. Wir sind hier und hier ist der Kuh! Ah! Gibt's doch nicht! Na, warte. Hier, wo ist das? Mann! Wo ist da deine Dinge? Was mich gegen alles hier schützt. Ähm. Wo ist das? Alle physischen und wo ist das Dingens? Wo ist das? Was hat alles hier verändert? Hallo? Ähm. Wer das ausgerüstet? Warte! Warte! Der Mond sah nicht, ist klar. er macht uns aber auch schaden mit einigen ankommen aus dem so kann ich nicht machen meine ganze zeit hier immer klar die lager hat er uns noch bis zum letzten moment die auf nerven geht und wegrennen erkennt mir denke ich mal an ja oh gott mit sagt ich bin nicht was dagegen ab muss aufhören weiter anzugreifen wenn er sein schlecht ausreichend über seinen schädler ich denke die ganze zeit ich bin überlevelt und macht uns platt doch wir sind geschützt oder doch weg nein mein gott sie auch wenig ab irgendwie wollen wir greifen die ganze zeit an nein das gibt es nicht oh gott hilfe leider das ganz ruhig machen zack und final gale oh das ist unglaublich eine plappierenart ich glaube ich werde das ausführlich legen Und das auch. So, auf, beginnen. Final Gale. Hahaha, boah, ich fass ja nicht, dass ich den auswählen kann. Schon ein cooler Kampf, eigentlich. Oh, hast du den auch mal eingesetzt? Und wir rennen weg. Oh, das war nicht so intelligent. Vor allem, jetzt sind hier so normale Tales of Angriffe. Da war der Einsatz, die Tigerklinge und so was, alles. Die Mondzahlen, aber hier sehen viel heftiger aus. So. Da guckt euch mal an, wie sein Biest aussieht. Au. Ma. Alter. Jawohl. Aua. Ma. Das hat nicht gebracht, verdammt. So, 11.000 noch, das schau ich auch noch. Ahaha. Ahaha. Na warte, jetzt bist du an. Oh, nee. Mitten in meiner Grenze. Schade, du. Oh, wir sind tot. Nein, nicht schon wieder. Nein, nein, nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Zum Glück hatte ich hier irgendwie, was auch immer das war. Diese Wiederbelebung, diese automatische. Leck mich am Arsch. So, komm schon. Noch ein bisschen. Und final Kale. Oh, mein Gott. Hey, Mila rätet einfach so leise, ne? You will not fall. Not yet. I still need to go back. I need more strength. Oh, mein Gott. Tja. Was sagt sie dazu? Oh, nee. Gaius. He probably went to the music. Let's go. The others must be around here somewhere too. Right. Ich hab' eine Wiese wieder. Und Epic Music wieder incoming. Der Rausbordereiter König. Ich hab' länger vertraut haben wir auch. Ja, was soll's. Ach, wenn wir nicht mehr zurückkommen. Ich hätt' gerne Speicherfunktion als Versicherung. Erstmal, der Film war auf. Nein. Oh, hart. Ach, sowas hier. Ich brauch' mehr Geschicklichkeit, damit ich die Gegner schnell standen kann. Ich hab' noch drei Wochen, da kann ich einen hier reinballern. Ach, sowas hier. Ach. Ich bräuchte. Nee, ist schon gut. Okay. Nee, warte mal. Heilungsanteil. Ach. Wenn du verbunden bist. Oh, okay. Das hätte ich dann gerne. Ach, das hier ist passiert wieder Auferstehung. Okay. Das könnte ich denn hier wegpacken. Ich brauch' acht Stück, ich hab' es genommen. Nee, das ist nicht. Und dann auch nicht. Heilungsanteil. Mida. Ich glaub', du bist schon okay. Ja. Na gut, dann mach' ich nochmal hier einen Schnitt. Und ja, mal gucken, was gleich noch auf uns zukommt. Ich hab' ein ganz gutes Gefühl. Egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. brokeす. Tschüss. �